leicht war das ein kleiner ich weiß, wenn du die umhaufst, sind die nicht tot, ne? naja, aber zum Kevin reichen, laufen reicht schön, ich bin hinter dir, danke Jockey sorry aufschießen, einsammeln, mein Gott, ey wow gerade noch rechtzeitig hier ja 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 Ich fahre nicht in der Leiter hin und dann bringt es gar nichts. Ah, endlich. Der einzige Depp, der es nicht rafft. Den habe ich auch nicht gesehen. Woa! Ja, wer sperrt mit dem Weg? Ich brauche Hilfe. Down. Das ist jetzt echt keine Zeit, man. Los, hochsteh auf! Charger, Achtung! Charger! Ach so. Ich nehme jetzt erstmal einen Schuss. Danke! Warte! Ach, das tut gut. Ach geil, Sackgasse. Ich habe auch nicht mehr so viel Muni. 250 Schuss, ne? Hä, dann sind wir hier komplett falsch. Oh nein. Ah, ich drobe übers Dach. Alter! Ich bin einfach zu blöd für die Steuerung. Boomer! Ah! Nicht aufeinander schießen! Und hepp! Aber komischer Haustür hier, dass die alle so eine Leiter haben. Ach hei, die können auf Treppen steigen. Dammit! Ich nehme Molotov. Hier kann man Munition aufladen. Oh Mann, tut das weh! Hey, Munition! Wir drücken sie auf den Knopf. Okay. Okay. Was noch? Äh. Kommt ihr hoch, kommt ihr hoch! Vorsicht! Da ist der kleine Wichser! Hier oben ist einigermaßen sicher. Ja, ich versuch's! Ich versuch's! Ich versuch's! Und hier gibt's unendlich Muni. Ja. Und der Charter dachte sich so... Nein! Nein! Warte, dre dich um! Alter, ist ja gut! Jetzt lass uns doch los, Wichser! Auf dich, ich bin tot! Die einzige Chance hier zu überleben ist nur hier oben. Offensichtlich. Ich versuch's! Hier zum Schutzraum! Da kommt noch mal ein Charger rechts, wenn jemand wird. Ich versuch's vor dir. Alles klar, du Charger! Naach! Ich versuch's! Ich versuch's! Äh, ja okay! Oh! Der Charger kann auch aufs Geräusch! Der Charger! Der Charger! Der Charger! Wir haben irgendwie hier oben... Ach ne, jetzt können wir nochmal anfangen. Ah! Okay, das ist so 20 Minuten her. Aber... Hallo LS Angel 15! Guten Tag! Das Problem ist, ich weiß nicht mehr ob das war, das bringen wir mit oben. Doch doch! Aber ich glaub, das wird einfach unendlich spawnen. Jaja, aber das... Am Anfang war doch... Haben wir warten müssen, bis die Türen offen sind. Dann stand dran, jetzt kann man durchlaufen. Und so lang müssen wir durchhalten. Mh... Das hat schon Sinn gemacht. Naja... Du gibst du shit. Ihr seid schon wieder draußen und her? Und dann... Den Schutzraum hatten wir schon gesehen. Aber wie gesagt, oben... Das hat üblich geholfen, ey. Wenn wir da in vier verschiedene Richtungen gucken... Aber was ist jetzt passiert? Alter... Lade in aller Sehnen, Ruhe nach... Sehnen... Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Danke, ist richtig, ne? Das war's jetzt also! Lade! Molotow für mich! Los weiter doch nach! Ja stimmt, hebt den Molotow mal auf für... Für nachher. Wo denn? Da war... Irgendeiner hat einen aufgenommen... Oh, geht die mir auf den Keks, die Alte. Oh. Nein! Ach, Zunge. Hey, und eine Säure fest. Was läuft heute bei mir? Der Baum hat sich geheilt, alter. Ey, sie hat sich gelassen. Oh, was? Hallo, Daniel. Geil. Guten Tag. Das ist alles nur ein Traum. Los, rein ins Stadion. Ich hab ne Idee. Ja, okay. Was? Nichts, alleschen. Ach, nicht schon wieder. No. Voll ins Getümmel gezogen, der Wichser. Ja. Wenn ich irgendwo Muni seh, gell. Brauch ich. Dring ja nicht. Ich seh das nicht an dem Punkt da. Left 4 Dead 2. Oh nein, der Tank. Oh fuck. Oh nein. Nein. Oh nein. 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 Ich steck am Boden. Nein. Feuer. No. Tank down. Du stirbst mir doch nicht, oder? Ah. Im Grunde geht's nur ums Überleben und Zombies abballern. Vor allem Zombies abballern. Übers Überleben, dass sie streiten. The Walking Dead mit weniger Story. Also keiner Story. Das klingt ganz wie ne Wish. Licht aus. Die Witch, die haben wir doch die ganze Zeit schon. Die kommt jetzt auch nicht mehr. Doch, dann Yolo. Kommt hier aufs Dach. Ja, ich arbeite dran. Ich bin nur wieder zufrieden. Oh, der dicker Tank. Ah ne, kein dicker. Oh, da ist die Witch. Ach, lass mich doch mal in Ruhe sniper gehen. Pass mal auf, Marvin, da vorne ist die Witch. Welche Witch? Oder die Witch. Ja, der muss nur vorbeilaufen. Dann wacht die auf. Ja, Licht ausmachen und dann ist alles cool vielleicht. Zu spät. Was für eine Scheiße? Ne, geil. Kommt hier hoch, kommt hier hoch. Sorry, ich hab's verdient zu sterben. Es tut mir leid. Die hat sogar noch die Effekt. Lade nach. Ich habe das fehlinterpretiert. Meinst du mit die mich? Danke. Ach, du bist tot. Ja, ich bin tot. Könntet jetzt meine Leiche schennen, wenn ihr wollt. Mach schon nix. Leck mich. Ich mach auf. Das ist ja ein Medikit immerhin. Sie kommen. Der Nick ist so blöd. Ich auf mich. Das ist ein Bot-Marvel. Naja, irgendwie lebt er noch. Also, ist ja schon mal nicht so gut. Ah, der Nick zieht die alle. Hast keinen Molotow mehr können. Hehehehe. Doch. Ein lebender Köder. Wie, was hätt's los? Ich hab mir schief mitbekommen. Ja, klar. Er stirbt. So, die Türen sind offen. Die können durch. Vorsicht, Zunge hinter dem. Komm mal, wenn jetzt nicht mehr. Doch, der ist immer noch hinter dir. Ah, Schleimdings, ja. Die Türen sind zu, sind auf. Jetzt könnten wir drauf, Kevin. Dann, let's go. Hier ist Verbandszeug. Eho, let's go. Welcome to the Super Show. Oh no. Also, wenn irgendein von euch beiden höre ich die Gewehrgeräusche zwischendurch. Oh, das ist ein bisschen auf. Hunter, Hunter vor dir. Hunter auf dir. Oh, ich muss mal am Hamster gleich mal sagen, dass er Ruhe gibt. Hehehehe. Charger! Der Hamster ist... So. Mach mir das. Danke. Immer sind das Fieder. Toll, ich hab keine Muni mehr. Oh, noch ein Charger. Ja. Vielleicht hätten wir wieder zurücklaufen sollen. Weißt du, wie ich mein? Ob ihr auf die Leiter hoch nachdem diese Welle kommt. Ja. Mann. Mal ganz schnell das Kätzchen füttern. Ja, das ist... Was bringen wir uns das zurück? Wir müssen wieder durch. Ja, aber wir müssen... Können erstmal die Welle... Ähm... Die zwei Charger zumindest warten, bis die da sind. Weißt du? Das ist halt die Frage, ob die halt kommen oder ob die halt erst kommen, wenn wir auf einem bestimmten Weg sind. Ja gut, als kann ja nur einer hinlaufen und die holen und dann abhauen, ne? Hehehe. Hui. So, jetzt kannst du füttern. Uh, uh. Ja gut, ich hab keine Schokolade mehr. Ja gut, ich hab keine Schokolade mehr. Das war's jetzt also, ja? Lade nach. Halt endlich still und lass dich verarzten. Ja. Au. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Oh Scheiße, Vorsicht! Lade nach. Lade nach. Lade nach. Bitte. Komm schon. Lade nach. Können wir den ganzen Scheiß halt nochmal machen. Guck mal, ganz kurz, wenn wir noch ein Stück gucken. Guck mal, ganz kurz, wenn wir noch ein Stück gucken. Guck mal, ganz kurz, wenn wir noch ein Stück gucken. Guck mal, ganz kurz, wenn wir noch ein Stück gucken. Guck mal, ganz kurz, wenn wir noch ein Stück gucken. Ja, aber der Nick kommt ja gleich zur Hilfe. Natürlich, welcher sonst? Wir bestimmt nicht. Ja, eben deswegen, ja. Ja gut, gerade angefangen, halb tot, was hält's? Ich hab ne Idee! Okay. Aua, Charger! Ja. Ja, wenn da die Witch war, dann haben wir das doch gut gemacht. Ja. Passt auf! Lade nach! Dieses Geschrei. Kannst du theoretisch gleich nochmal der Tank kommen? Ja, Fakt ist jetzt bitte, dass ich hier im Bereich bin. Wieso? Ja. Also wirst du langsam. So. Lade nach! Ja, aber irgendwie hat der Tank auch grad keinen Bock. Oh nein! Nein! Wie sieht's aus? Kommt ihr, oder? Wir sind doch alle hinter dir! Spitter! Lade nach! Fakt ist immer noch klar, ne? Immer aus dem Weg, Kevin. Sorge, fag. Lade nach! Warte! 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 Das ist ein Jockey. Ach, scheiße. Jetzt sind wir ein Nickelin getötet. Wo bleibt Sarah? Ich bin hinter euch. Auf dem Dach noch. Vielleicht ist das auch nicht so unklug. Char-char, Char-char. Wurscht ja. Char-char down. Da hinten. Okay, dann kommt hierher, Sarah und Nick. Müssen wir? Ja, ja. Ich aber von hier aus kann ich nämlich voll gut helfen. Oder ist die Tür schon offen? Nee, nee, ich hab noch nicht aufgemacht. Würde ich auch machen. So, hätte ich jetzt mal. Weil ich hab eh nur noch 1% Leben, also von dem her. Aber von hier aus hab ich euch gut im Blick und kann euch den Rücken freihalten. Soviel zur Theorie. Ja, dann let's go. Ja, natürlich. Man kann natürlich auch erstmal nachladen. Nein! Oder natürlich, ich hänge an so einer Zunge fest, wenn man jetzt auch klar ist. Okay, mein Plan war gut. Ich bin jetzt leider ein bisschen kick. Mami, nehmen wir den Molotow hier. Nee, ich hab... Das haben wir ja schon ein bisschen queeren hier, Kevin. Ja. Oh, dieses Nachladen geht mir auf den Käse. Da ist ein Charger. Charger ist tot. Ich auch. Aber ich hab den Charger noch gefehlt. Ah, das ist ein Charger. Ah, da hört's dann zwingend. Nein! Du kannst mich hochreißen, oder? Nö Ja gut Nein Ja Ja, wir dürfen da nicht so lange oben stehen bleiben Doch doch, weil jetzt wurden es weniger, guck doch, bei mir war jetzt gar niemand mehr Ja, bei mir war die Hölle, da zwei Meter weiter Ja, wenn ich da vorläufe Ja, die kommen ja auch dahin Marvin, das ist eine unendliche Welle Man kann es trotzdem vor, als würden es weniger werden Mhm Ich sag jetzt halt nur, wie durch durch die, ähm, Kriege da Platz ist ja was anderes, ne? Are you ready? Ja Ja Ich glaub, ich würd schon sagen, dass wir da erstmal kurz zwei, drei Minuten am Clearen Vor allem da oben hast du unendlich Muni Ja, das Problem ist halt nur, da oben will ich schon einfach nur leben Bitte? Es wird nicht weniger, das kommt gleich und, das kommt immer wieder Ja, mir kam es echt so vor, als würden es weniger werden Aber gut, wir können auch mal durchrennen Ja, weil mal kurz, weil mal kurz eine Welle stoppen ist, es kommt halt immer eine Welle Und dann ist eine kurze Pause und dann kommt wieder eine Welle Ja gut, okay, wir können nochmal durchlaufen Aber vielleicht vorher, wo wir durchgelaufen sind, da war halt schon massig noch mehr los Wobei wir können diese Welle, die ja dann da kommt, zurückziehen oder nicht Das könnten wir machen Weil ich glaub, grad wenn wir oben drauf stehen Dann müssen wir eigentlich keine Brand oder sowas verschwenden, sag ich mal Kritsch sitzt hier links übrigens Wenn wir hier lang gehen, Licht ausmachen und vorbeilaufen, sollte alles cool sein Nicht da lang, Kevin Nicht da lang, Kevin Warum rede ich überhaupt? Weil das ist scheißegal, das ist Wenn du da an der vorbei schleißt Na dann Ich hab sie nicht geholt Ich hab sie nicht geholt Der Nick ist zu mir hochgekommen Guck mal, der vertraut mir Oh, das war eine scheiß Idee, da runter zu springen Bring euch ein paar mit Feindlich Dann rein, die Tür zu Dann rein, die Tür zu Du hast Nick draußen gelassen Ups Jetzt musst du hochheb, jetzt ist egal Die kommen rein, obwohl die Tür zu ist Oh, die Tür ist sehr gut Äh, läuft, läuft, läuft Alles doch los, Alter Lade nach Guck mal, ob ich den Nick krieg Du bist jetzt wirklich zurück, um Nick zu retten Ja, hab ihn gesagt Oh, wir sollten kurz auf Marvin warten Ähm Na gut Du kannst nicht auf Marvin warten, weil du an der Zunge hängst Warum sagst du nichts? Huh? Huh? Why don't you say anything? Jetzt geht's gut Hört doch einfacher aus Lade nach Lade Wer braucht Hilfe? Achso, der braucht Soll ich mich erst kurz heilen? Ich hab nen Defi Oh, das ist gut Elektroden hier Ach geil, schmeiß ich das da hin und es fliegt wieder runter Oh ja, das geht durch und durch Lade nach Höp Defi, Einheit hier Alter, wieso ist mich denn jetzt ein Schaden an meinem Arsch und keiner von euch sieht was Also wirklich, ich glaub's ja nicht Hier ist noch ein Defi Nochmal einen Nö, einen Ich bin hier in der Was hast du mit deinem gemacht? Achso, du hast ne Medikit dabei Ja Was brauch, musst du jetzt, was ist mit dem Benzinkernis? Achso, die habt ihr nur für euch Ja, ich hab die mal hier hochgeschleppt Die zwei Oder den einen Also ich mach da mal einen Und Kevin hat sie schon wieder runter geworfen Okay, cool Läuft Daher können wir noch Muni laden, ne? Wenn jetzt jeder einen 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 Norden und so weiter nimmt, dann passt das Ja gut, ich bin hinter uns quasi Ja gut, ich bin hinter uns quasi Oh man Dann Wenn wir jetzt durchkehren, oder wie? Dann lädt nochmal ihre Nacht Und Nehmen wir die kann nicht schon mit, oder wie machen wir? Der ist Ja Wird schwierig mit kein bisschen, glaub ich Aber hier hat's noch einen Molotow Boah Oh, lade doch nach, die ver... Das Scheißding Hat den einer gekrocken eigentlich? Ja, ne? Oh, ich Ha Passiert, ich häng an der Zunge Molotow In Decke Danke, gut Gut Ja, okay Erschreckt, er verliert noch massig Leben Och Was zur Hölle soll denn das, bitte? Halte ich mal Marvin und dann versuchen wir's mal Ja, warte Ja, wenn mal schnell einer runterkommen würde und mir hochhelft Warte, ich hab noch einen Medikit, das würde ich gar nicht Ja Wir waren zu langsam Soll ich noch mit den Molotow reinwerfen? Oh Mensch Oh Wir müssen jetzt erst mit der Welle wieder abwarten und dann können wir mal losrennen Boah, so ganz schön cool Boah, so ganz schön Und dann ist das hier ein Graf an den Scheiß-Tombien Oh Mann Fuck Hilfe Hier, Alter, sie ist doch noch direkt über mir, ist ja widerlich Herz, oder? Ja, ich würd fast sagen, lass mich liegen, sonst wird das wieder nichts von der Zeit her Wuuuuh Siehste, sag ich doch Ja, das sind Die kommen zu viel Das sind viel zu viele Ah, scheiße, Hunter Okay, das war's Okay, ich bin tot, neben mir liegt ein Defi Ich glaube nicht, das für die Zeit Tami einzusetzen Wo bist'n du? Ich? Ja Hinter den Gittern direkt Gleiches Gitter Ganz ehrlich, da müssen wir einfach durch, das hilft nicht, weil die Zeitspanne ist zu knapp, um sich dann neu zu positionieren Ich renne jetzt mal durch Wow Nein, Hunter Nein, Hunter Da hinten ist Schleim, Marvin Good Ooooooh Ja Okay, ja gut Na, wir hätten da nicht reinlaufen Na, aber wenn wir da draußen warten, nur, dass wir tot sind Also Die kommen so schnell immer wieder nach Warten ist keine Option, tatsächlich Weil ich glaub nicht, dass das drei Waves sind und dann ist vorbei und dann kommt da nichts mehr Also das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja komisch Programmiert Dass ich ne Ahnung von sowas hätte, aber War doch ein Spaß auf der Achterbahn, hä? Wir müssen da eine Wave clearn, dann ist ein bisschen Zeit und dann durch Und halt durchballern Ja, also zu 90% clearn und dann durch, ja Weil die Zeit ist halt so knapp, dass es noch nicht mehr reicht, einen vom Boden aufzuheben Deswegen Ja, okay, das war unvorsichtig Geh mich ja zu Ja, okay, das war unvorsichtig Geh mich ja zu Ähm, die Tür könnte ich auch wieder zumachen Ich hol mir noch ne Uni Lade nach Ui Ja, ich finde aber zufurt kann man es schon schaffen Also Ja, ich würde zufürt und dann die erste Welle da gleich durch irgendwie Knarren Sollten wir Dick nicht ständig sterben lassen Durch den Autoscooter Der Autoscooter Na, das Ding, wo wir die ganze Zeit weglaufen Hm Das ist dein Autoscooter am abeln Soll ich mir nen Box-Scooter tun? Ja, auch richtig Lade nach Beat Mich hat zu weit gelaufen Achtung, Achtung! Hehehe, Torego. Achtung! oh auch zu weit gelaufen durch die Boxen okay, diesmal ist der Tank wieder da oder was? Kannst du nicht mal schauen? Ja, da drüben ist er ähhhhh nein wir schießen doch nicht aufeinander der Moment hat voll auf mich geschossen jetzt geht's mir gut oh man, diese verdammte Steuerung, es ist doch alles nicht wahr wow, Hunter wo sind die anderen zwei? ich verzweifle an diesen verfickten Leitern hier ich hab so keinen Bock mehr auf die Scheiße ey das ist doch nicht wahr achten, da ist die Witch wieder oh, ich wollte das Licht ausmachen Licht an jetzt hockt die einfach genau da, das ist die Scheiße ernst dann macht er nix ja die einer trifft ach Nick und Nick hat dann natürlich die Witch aufgeschreckt, der Idiot Jockey genau da ja also hilf mal dem Nick ich bin doch dabei das ist gut das Tor muss auf also kommt die hier warte 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 ok das wird jetzt n nein nein geschlagen dann sollte man, dass der hier hochkommt sonst war das jetzt Munition oh, der hat mich verschwendet oh, Entschuldigung ok, jetzt machen wir eine Welle und dann ja, bis halt offen ist quasi klingt logisch ja, aber wir klären halt die Welle, eine Welle kurz wenn da 10.000 jetzt müssen wir eher schon mal eine Minute lancieren Charger oh, geht mir das nachladen dann könnt ihr drüber schießen mal hier sind offen los, 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 los Achtung ich hab meine Bombe geschmissen lass mir die mal kurz õch, Digger das war ziemlich doof so jetzt Oh, Marvin, du bist gerade alleine. Ja, du bist gerade alleine, weil wir sind nicht durch. Ja geil, ich dachte, wir laufen da durch. Ja, dann ist aber so ein Splitter explodiert und wir konnten nicht. Wir sind nicht durch den Schleimhild durchgekommen. Nein, Hunter. Fuck. Oh, leck mich doch. Fuck, Hunter. Cleart erst, bevor er mich rettet. Jetzt aber kurz Luft. Hat irgendjemand jetzt noch ein Medipack? Oh, Mann. Kann er irgendjemand noch ein Medipack? Nein, da ist ein Schissraum. Nein, ich lieg vor dem Schissraum. Da hab ich kaum rein. Ja gut, man muss ja auch nicht zuhören. Ja, also. Ja, Mann. Boah. Ist nicht wahr. Boah, wir haben gar nicht viel gecleart, um ehrlich zu sein. Guck mal, wie wenig. Überhaupt nicht.